Leute, was ist in Deutschland los? Die evangelische Kirche wirft jetzt ernsthaft 110 Menschen aus dem Pflegeheim raus, um das Ganze dann als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Was da genau los ist, schauen wir uns jetzt im Video an. Bleibt bis zum Ende dran, denn am Ende verrate ich euch, wie ihr aus der Kirche austreten könnt. Denn falls ihr das noch nicht gemacht habt, da ist jetzt Hopfen und Malz verloren, endgültig. Also die Kirchen haben sich ja schon einiges geleistet, aber wenn ihr das jetzt gesehen habt, also ich bin schockiert. Denn eigentlich habe ich gedacht, hier nach Lörach könnte eigentlich schon gar nichts Schlimmeres mehr kommen. Doch, Lörach ist ja auch in allen Munde, weil da die städtische Wohnbaugesellschaft die Miete rausgeschmissen hat, um 30 Sozialwohnungen für Flüchtlinge hier freizukriegen. Aber wer jetzt gedacht hat, das kann nicht mehr getoppt werden und sagt sich, ja, okay, das ist eine staatliche Einrichtung und der Staat ist ja angeblich verpflichtet, Flüchtlingen eine Unterkunft zu bieten. Ja, jetzt geht es den Schritt weiter und das Ganze hier nur ein paar Tage oder eine Woche später geht es hier in Berlin los. Der Fokus online berichtet, Quellen und alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Da werde ich euch das alles verlinken. Hier die Artikel könnt ihr selber nochmal gucken. Ich will da jetzt auch gar nicht den Artikel komplett mit euch durchgehen, weil das Thema ist heftig. Also ich habe da Redebedarf. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Auf jeden Fall, hier sehen wir dieses Senioren-Altenpflegeheim. Das ist auch ein bisschen kompliziert, da diese kirchlichen Verpflichtungen, Verflechtungen. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. Auf jeden Fall hier erstmal in Berlin ist 110 Bewohnern eines Altenpflegeheims überraschend gekündigt worden. So überrascht ist es eigentlich gar nicht. Läuft da auch schon länger. Ist natürlich in der offiziellen Presse natürlich nicht behandelt worden. Ein Wunder, dass es jetzt behandelt wird. Wahrscheinlich, weil die Stimmung aktuell so heftig ist, dass man das vielleicht schon gar nicht mehr verschweigen kann. Also, dass die Leute da umgehalten werden, kann ich gut verstehen. Also, ich meine, mich betrifft es jetzt persönlich nicht, aber wie da mit alten Menschen umgegangen wird. Das ist ja wohl die Krönung von Unmenschlichkeit quasi. Ja, auf jeden Fall hier auch direkt in der Überschrift pikant. In dem Gebäude werden nun Flüchtlinge untergebracht, was wegen öffentlicher Zuschüsse viel lukrativer als Altenpflege sei. So, wo in dem Fall Löhrer auch der Staat noch hingeht und sagt, ja, wir haben ja eine Verpflichtung. Wir müssen die ja unterbringen, sind da gesetzlich zu verpflichtet. Obwohl bei anderen Dingen, wenn es dem Staat passt, ändert der ratzfatz die Gesetze. Meist zum Nachteil der schon länger hier Lebenden. Ja, hier in dem Fall ist das wohl keine Option, die Gesetze so ein bisschen zu ändern. Nein, da setzt man lieber die Bürger in Lörrach auf die Straße, um dann die Wohnungen anderweitig für die Flüchtlinge zu nutzen. In Berlin haben wir einen ganz anderen Fall. Das ist kein staatliches Unternehmen. Das ist eine Kirche, geht da um zwei verschiedene Stifte und die sind jetzt gesetzlich nicht verpflichtet, diese Flüchtlinge unterzubringen. Nein, da geht es um finanzielle Gründe. Es ist viel lukrativer dafür, die evangelische Kirche die Flüchtlinge unterzubringen in diesem Heim, als die Altenpflege da weiter zu betreiben. Ja, und da wird es gefährlich, denn jetzt will ich einmal kurz abschweifen, auch aktuell, wollte ich auch eigentlich schon ein Video zu machen, bin ich leider nicht so gekommen. Hier, die gute Katja Diehl hat ja gesagt, wir nehmen den Deutschen den Traum vom eigenen Auto und vom Eigenheim. Ja, so, es ist ja jetzt der Sprung da leicht hinzu gemacht. Habe ich kein Eigenheim, ja, und bin irgendwo als Mieter, entweder in Lörach bei der städtischen Wohnbaugesellschaft, werde gekündigt, stehe auf der Straße oder ich sitze in einem Altenpflegeheim in Berlin bei einer evangelischen Kirche und werde gekündigt, weil halt das lukrativer ist, Flüchtlinge unterzubringen. So, jetzt haben wir, das ist ein Riesenproblem, weil jetzt ist es einmal die städtischen Wohnbaugesellschaften sagen, naja, wir haben es verpflichtet, die unterzubringen. So, und jetzt fangen aber auch hier mit der evangelischen Kirche an, Unternehmen quasi hinzugehen und zu sagen, hey, das ist lukrativer, wenn ich die alten Mieter da rausschmeiße und ich hole mir neue Mieter mit einem Fluchthintergrund, wie man ja so schön sagt, geflüchtete Mieter da rein, kriege ich ja viel mehr Geld. Gut, wirtschaftlich gesehen, ja, macht natürlich Sinn, ja, es ist attraktiv, die da einzuquartieren und die alten Mieter rauszuschmeißen. Aber was sagt das denn für mich, wenn ich jetzt irgendwo als Mieter untergekommen bin, stehe ich doch jetzt jederzeit der Gefahr, meine Wohnung zu verlieren. Wo habe ich denn da überhaupt noch irgendwelche Sicherheiten in Deutschland? Ja, so viel zur Katja Diehl, kleiner Handschwenker, können wir vielleicht nochmal, uns nochmal intensiver über die gute Dame unterhalten. Aber ihr könnt den Artikel ja auch, blende ich unten in der Videobeschreibung ein, Tichis Einblick hier gerne durchlesen. So, hier sehen wir jetzt einmal dieses Pflegeheim, um das es geht, das ist das Pflege- und Wohnenschillerpark in Berlin, hier Mühlenstraße. Also wer Fanpost da hinschreiben möchte oder die Leute mit einem Telefonat zu der Aktion beglückt wünschen möchte, ist ja hier alles da. E-Mail-Adresse, Fax, die Anfahrt, könnt ihr alles da auf der Webseite von denen sehen. Deswegen, ja, so, dieses Pflegeheim hier wird von dem Johannes-Stift betrieben, einem evangelischen Kirchenstift. Und die wiederum haben die Immobilie allerdings nur geliehen, gemietet hier vom, ja, jetzt sind wir hier, auf dem Paul-Erhard-Stift zu Berlin. Also dem Paul-Erhard-Stift zu Berlin gehört diese Immobilie und das Paul-Erhard-Stift hier, Kontakt gibt es natürlich auch. Aber wie gesagt, ich verlinke euch die auch unten, hier könnt ihr eure Fragen, vielleicht kann ich euch auch nicht alles beantworten und ihr wollt da nochmal nachfragen oder ihr wollt die beglückwünschen zu ihrer wirtschaftlich vorteilhaften Entscheidung, dann könnt ihr euch da gerne melden. Ja, auf jeden Fall, dem Paul-Erhard-Stift gehört das Ganze. Die Immobilie und die haben jetzt Eigenbedarf angemeldet und daraufhin hat dann dieses Johannes-Stift halt sich irgendwie geschlagen gegeben. Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen in dem Fokusartikel. Auf jeden Fall ist das so ein Hin und Her, ja, also keiner will es gewesen sein, weil die ganze Sache rechtlich überhaupt nicht wasserdicht ist, weil das Paul-Erhard-Stift als Besitzer der Immobilie gar nicht Eigenbedarf aufgrund jetzt wirtschaftlichen Vorteils durch andere Mieter anmelden darf. Ja, also da hat die Kirche da so hin und her so ein bisschen gemunkelt und es wird hier auch in dem Artikel erklärt. Hier wird dann erstmal erklärt, dass der Stiftsleiter Martin von Essen sich da so ein bisschen ausschweigt. Ja, Fokus hat dann eine Anfrage an ihn geschickt. Der hat keine Antwort gegeben. So, jetzt, damit ist es ja eigentlich schon alles raus, ja. Ja, das ist halt der Grund, warum jetzt dieses, ja, Paul-Gerhard-Stift mit diesem Johannes-Stift da so umgemauschelt hat, hundertprozentig, bin ich mir da sicher. Ich meine, man weiß nicht alles nur Vermutungen von mir, dass die da so ein bisschen hin und her, hör mal, ich würde das, komm, wir machen da ein gutes Geschäft und irgendwie habt ihr als Johannes-Stift dann auch einen Vorteil davon. Langer Rede, kurzer Sinn, die Dummen sind jetzt die 110 Heimbewohner, die jetzt da stehen und einen neuen Heimplatz brauchen. Such doch mal einen Heimplatz. Also, ich weiß das noch von meiner Großmutter, wo wir da einen Heimplatz gesucht haben, war eine Riesenrennerei, haben dann am Ende einen gefunden, zum Glück, toi, toi, toi. Aber wenn man jetzt da auf einmal wieder vor der Rennerei steht, ist ja auch nicht jeder Pflegeplatz gut, ja, viele Heime haben auch einen schlechten Beruf, also die Pflege in Deutschland ist ja ein eigenes Thema für sich. Und dann steht man jetzt davor und muss wieder einen neuen Platz suchen und man konkurriert da gerade mit 110 weiteren Leuten, ja. Dann kommt dazu, man kann ja auch nicht irgendein Pflegeheim, denn Berlin ist groß, ja, ich will ja meine Angehörigen in meiner Nähe haben, damit ich auch, wenn was ist, da schnell hinkommt. Oder wenn ich die besuchen möchte, ich will ja nicht jedes Mal durch Berlin reisen, ja. Also, das ist auch ein Riesenproblem, was da jetzt für die Angehörigen ist. Dann kommt noch hinzu, da gab es auch einen ambulanten Pflegedienst, der ist mittlerweile schon geschlossen, so wie ich das hier aus dem Artikel entnommen habe. Das heißt, da stehen auch Leute jetzt auf der Straße, können nicht mehr arbeiten gehen. Ja, dementsprechend sieht das übel aus. Delikat zu erwähnen ist noch, dass hier dieser Martin von Essen eine Stellungnahme abgegeben hatte, früher irgendwann, also auf die Fokusanfrage hat er ja nicht geantwortet, aber kurz vor Ende der Stellungsnahme hebt der Pfarrer und Stiftsvorsteher eine jahrzehntelange Erfahrung in der Geflüchtetenarbeit hervor und kündigt abschließend an, dass das Refugium des Stifts die Plätze für traumatisierte Schutzbürftige ab Ende 2022, 2023 erweitern werde. Also, nur mal nochmal abschließend dazu, zu dem ganzen Hintergrund, den auch da dieses Stift und der Leiter auch haben, ja. Im letzten Abschnitt wird noch so ein bisschen von einem Angehörigen, eines der Mieter da erzählt und da ist hier der letzte Absatz schön gewesen, dass aber ausgerechnet religiöse Stifte der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schleswig-Oberlausitz, sind wahrscheinlich schon ziemlich zusammengelegt worden, weil so viele Kirchenaustritte da stattgefunden haben, keine gemeinsame Lösung gefunden hatten und pflegebedürftige Senioren vor die Tür setzen, die ihr ganzes Leben lang immer brav Kirchensteuer gezahlt und Kollekte gegeben haben, ist keine schöne Angelegenheit, sagt der Angehörige. Ja, und so ein bisschen zum Fazit zu kommen, also das ist jetzt mal gar nicht christlich hier, was die evangelische Kirche sich da geleistet hat. Ich werde auch nochmal ein Short-Video machen zu so einer Pastorin, die auch eine schöne Rede gehalten hat, auch eine evangelische Pastorin, die so ein bisschen eigentlich die Schöpfung verleugnet, indem sie mehr als Mann und Frau anerkennt, ja, also mache ich die Tage mal. Ja, das Fazit aus der ganzen Sache ist, es ist überhaupt nicht mehr christlich, was die evangelische Kirche da macht und ich möchte mal behaupten, die katholische Kirche wird da nicht besser sein und welches Fazit ziehen wir da draus? Wir springen zur Seite kirchenaustritt.de und ich kann jetzt nur jedem, der es noch nicht getan hat, also ich habe es schon in meiner Ausbildung damals getan, um da ja nie einen Pfennig einzahlen zu müssen. Deswegen springen wir auf die Seite kirchenaustritt.de und hier bekommt ihr eigentlich alle Informationen, die ihr braucht, um aus der Kirche auszutreten. Ich kann da gerne auch mal irgendwie nochmal ein separates Video zu machen, so trittst du aus der Kirche aus oder so, weil kann ich nur jedem ans Herz legen. Also hier ein bisschen weiter unten sieht man ja auch, der Trend geht zum Kirchenaustritt, also das ist jetzt zwar die katholische Kirche hier und von 1990 bis 2021 hier mal die Kirchenaustritte jährlich aufgezeichnet, also schießt rasant in die Höhe. Ich meine, was die Kirchen sich die letzten Jahre alle so auch rausgenommen haben, geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Das hat ja mit christlich schon nichts mehr zu tun. So, Kirchensteuerrechner gibt es hier auch, also Baden-Württemberg 8% in allen anderen Bundesländern, 9% der Einkommenssteuer. Ja, also da könnt ihr euch einen ordentlichen Batzen Geld jeden Monat sparen, wenn ihr aus der Kirche austritt. Das Ganze funktioniert meistens beim Amtsgericht oder beim Standesamt. Da müssen auch 20, 30 Euro manchmal Gebühren bezahlt werden. Ich war noch vor dieser Regelung, damals war es nämlich noch kostenlos, aber dann wurden zu viele Kirchenaustritte und dann hat der Staat da eine kleine Gebühr für genommen. Das ist irgendwo 20, 30 Euro, je nachdem, je nach Bundesland, je nach Gemeinde oder wie auch immer, weil es alles hier erklärt. Das Geld habt ihr aber ratzfatz wieder raus. Das heißt, ein, zwei Monate keine Kirchensteuer gezahlt und schon habt ihr diese Gebühr wieder drin. Denn spätestens, wenn es Weihnachtsgeld gibt, da sind die Abzüge ja nochmal höher und da habt ihr die Gebühr auf jeden Fall wieder drin. Ja, so viel zum Aufreger. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch dieses Skandal auch so am Herzen liegt wie mir, dann teilt bitte dieses Video, weil, also, was da abgeht jetzt hier in Deutschland, das muss einfach in die breite Masse und ich bezweifle, dass die Mainstream-Medien dazu in der Lage sind, die breite Masse damit oder dazu willens sind, die breite Masse damit zu erreichen. Deswegen sind wir da gefordert. Wir müssen hingehen. Wir müssen aufklären. Und wenn man sich nicht vor die Kamera setzen möchte, dann halt wenigstens einmal auf Teilen klicken, Freunde, Bekannte schicken, guck mal, was geht da ab. Es ist doch jetzt wirklich zu viel. Und ja, vielleicht bei der nächsten Wahl auch mal bedenken, wem gebe ich da die Stimme? Und Leute, raus aus der Kirche. Lasst uns hier diese Kurve hier, die muss die Decke vom Bildschirm sprengen. Ja, ehrlich. So, bis zum nächsten Aufreger, Leute. Macht's gut.